Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wisst, wie die meisten schon wissen, die heute so gespielt haben, es gab neue Umdaten bei Scott Wagon. Es gibt einen neuen Titan Drache und zwar den leuchtenden Flug mit dem ich gerade spiele, weil er richtig schlecht geht. Können wir oben an der Anzeige hier sehen. Ich hoffe, ihr könnt gerade alles sehen, Kamerasicht. Hoffe, dass das Handy gut eingestellt ist. Und ja, wie ihr seht, habe ich 514 Games. Ich hatte eben gerade so eine Stunde gerade gefahren, da ich so 500 Games dann habe. Und ja, ich möchte meinen Kleinen hier in Titan machen. Mein kleines süßes Mädchen. Und ihr dürft jetzt alle dabei sein. So, ich bin sehr gespannt, wie sie aussieht. So. Yes. Ach, muss kurz warten. So. So. Wow. Sieht wunderschön aus. Na ja, den Mund haben die unten. Wäre der Kopf so wie beim alten gewesen, dass er unten so nicht so weit nach vorne geragt, wird er richtig schön aussehen. Das heißt, der sieht auch schön aus. Ich mag seinen Schwanz. So. So. Mal gucken. Ne, ich lasse ihn so. Dafür gucken wir mal was nach. Bitte mal laden. Bitte mal laden. Danke. Oh. Oh. Das sieht nass aus. Ich lasse ihn so. Mal gucken. Das sieht ja mal nice aus. Die Schüsse wurden auch verbessert. Das ist meine kleine Leutinator. Das heißt, Leutinator. Sieht richtig nice aus. So. Das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch das kleine Video. Und ja. Dann schaut beim nächsten Mal vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann unten. Lasst einen Kommentar da. Sonst sage ich Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und Bye.